hallo und herzlich willkommen zur ersten folge der neuen pvp serie auf meinem kanal ich werde jetzt erst mal erklären worum es dabei geht und danach fangen wir auch direkt an also zuerst zur erklärung es ist eigentlich überhaupt nichts besonderes nichts neues nichts tolles vielleicht vielleicht doch es geht dabei einfach nur um einen geregelten upload plan und zwar war ich ganz schnell mit montags kommt etwas nostalgisches ja jeden montag für die nächsten zehn zwanzig 30 jahre werde ich jetzt irgendwas nostalgisches hochladen das heißt irgendetwas was man früher öfters gespielt hat jetzt aber so ein bisschen in vergessenheit geraten ist wie zum beispiel one of the chamber was ich auch in dieser folge machen werde oder trouble mein will oder was auch immer mal sehen alles mögliche mittwochs wird es irgendetwas komplett zufälliges geben ja einfach das wo ich gerade drauf lust habe oder auch wo ihr auf lust habt da werde ich nämlich in zukunft auch versuchen euch mitbestimmen zu lassen mit einem voting system das ist aber überhaupt noch nicht fertig weil ich überhaupt gar nichts vorbereitet habe das kommt alles noch freitags gibt es eine äh first try folge first try friday das prinzip des first try fridays ist von einem amerikanischen youtuber abgeguckt wobei ich gar nicht weiß wer das genau gemacht hat das war irgendjemand aus der hg szene tut mir leid ich weiß es nicht genau das heißt ich werde da einfach eine folge hochladen wo ich aufnehme spiele und genau das was ich da gerade erspielt habe dann auch hochlade egal ob ich früh gestorben bin oder gewinne oder was auch immer damit ihr komplett alles seht was so in der aufnahme abgeht dann gibt es samstags ein eins versus eins turnier auf timolia das wird allerdings auch schon freitags aufgenommen da werde ich dann immer auf twitter posten wegen der abschreibung wann das ganze startet und dann könnt ihr natürlich mitspielen wir haben da ja auf einem server immerhin bis zu 200 slots müssen wir mal gucken ob das dann nicht zu laggy wäre für so ein großes turnier aber ja ich werde auf jeden fall versuchen da ziemlich viele von euch mitspielen zu lassen und vielleicht gibt es dann sogar irgendwelche preise natürlich in form von rängen oder so auf timolia werden wir erst mal sehen und ja das war's auch schon montag mittwoch freitag samstag gibt's pvp und die restlichen tage wird es dann in zukunft entweder times wildcraft adventures geben was ja auch startet oder irgendein anderes projekt oder auch mal gar nichts mal sehen so falls ihr das jetzt irgendwie nicht mitbekommen habt was gesagt habe guckt noch mal in die beschreibung da werde ich das auch noch mal hinschreiben und ja ich werde auf jeden fall versucht mich dran zu halten wenn mal ein tag nichts kommen sollte dann tut mir das auf jeden fall leid werde ich dann höchstwahrscheinlich aber auch ankündigen und jeden tag um 15 uhr lade ich das ganze hoch und wie gesagt ich hoffe dass das einige zeit hält ich habe auf jeden fall echt super bock drauf ich hoffe auch und dann war's das mit dem langen rumgerede jetzt geht's los mit der ersten folge viel spaß und los geht's wir kommen gleich ein schwert ein bogen und ein pfeil mit dem pfeil und bogen kann man Leute one hitten sobald man jemand tötet bekommt man einen weiteren pfeil ansonsten muss man mit dem schwert weiter kämpfen und gewonnen hat am ende derjenige der die meisten kills hat und das redstone war kacke zeigt an wie viel leben man noch hat ich bin so schlecht sollte kriege ich aber gut solch neuen pfeil jetzt gehe ich da oben abmuxen aber ich glaube der dauert da oben schon tut er nicht er steht auf kaum auch gut hallo oh da ist jemand der hat seinen fall verschossen das heißt den kann ich jetzt gleich töten und ihn auch dankeschön ah Mist ich wollte gerade noch mich wegdrehen aber da habe ich doch noch getroffen ganz hinten ist einer hier klettert jetzt einer hoch habe ich gehört ah und oh Mist haben wir beide nicht getroffen oh ok der hat nicht getroffen oh Gott jetzt den schnell töten und dann habe ich einen pfeil und kann oh Gott nein ich habe mitten reingeschossen aber niemand getroffen wahrscheinlich weil er gerade schon angehittet war uh ok ich habe ja ich bin nicht mal alleine erster okay den wollte ich nicht mal treffen habe ich aber war natürlich geplant ok der ist auch schon tot da habe ich jetzt zwei pfeile das finde ich auch gut ok da oben ist jemand das war zu weit weg da ist auch jemand oh jetzt hat er seinen fall auch verschossen das ist gut für mich dankeschön 50 kills läuft auf jeden Fall oh das war zu optimistisch oh verdammt ich habe noch ein pfeil ok der hat getroffen mal gucken noch 60 sekunden ah verdammt ich hätte gedacht da komme ich noch weg und hier ist keine öffnung hallo sein pfeil ist weg na na oh kacke kriege ich trotzdem nein ist so knapp ah Mist letzter Hit wahrscheinlich ach und ich bin raus ok aber ich habe wie es recht sieht 16 kills und der zweite hat auch noch ein Leben und kann auch nur noch insgesamt 4 kills bekommen allerdings wird er es wahrscheinlich nicht schaffen ja ok er ist raus ne ist er nicht er kann den Lava Ritter theoretisch noch dreimal killen und hat dann genauso viele kills wie ich aber ok hat er nicht geschafft und die Zeit war auch schon fast zu Ende gewesen das heißt die erste Runde habe ich gewonnen dann äh ja sehen wir uns in der zweiten los geht's mit der zweiten Runde wir spielen auf der Wild West Map vielleicht bekomme ich mein Stuff und dann geht's los na sehr schön schon die ersten zwei weggesnackt und das war der dritte oh da sind ein paar auf einem Haufen oh nein nicht getroffen oh ich glaube der hat jetzt kein Pfeil mehr außer er hat getroffen aber ich glaube das hat er nicht ach jetzt sind die alle hier im Weg und ich habe ihn auch nicht gekillt das gibt's doch nicht jetzt aber ok jetzt habe ich ihn und den auch jetzt zwei Pfeile auch nicht schlecht er ist ja auch tot und ich führe und weg mit einem von euch nein nicht getroffen und wieder nicht getroffen triffe ich aber auch nicht na jetzt bin ich tot verdammt und ich führe auch schon nicht mehr so schnell kann's gehen in die Menge und in die Menge und in die Menge nein da lauert jemand aber hat glaube ich verschossen nein abgestaubt nicht schießen na verdammt ach kacke aber der hat nicht mehr viel ok und umdrehen und zack sauber sehr schön ich habe nicht mehr viel oh neben aber das ist bei einem Bogenschuss auch egal so wie komme ich hier raus hallo ah gegenseitig zwei leben noch sehr schön nein nein das gibt's nicht ok ich habe 14 Kills ich würde sagen ich gehe nicht mehr so ganz offensiv ran um wenigstens bis zum Ende zu überleben und dann kann ich immer noch Leute töten mal gucken ich habe das Gefühl dass ich nur auf der Seite weppeln ich glaube mich hier rein oder holt jemand auf das darf ich nicht zulassen da hinten war jemand jetzt kann ich hier in lauf schießen sehr schön na sehr gut und da kommt auch jemand zurück jetzt habe ich 17 und der ah das ist der fluffy Typ ja das war's wohl uh Mist ok ein Leben noch aber ok ich habe schon gewonnen vielleicht kann ich den Typ sogar noch zweimal killen das wäre natürlich schön hallo 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 der leckt nur ein bisschen rum na wo ist er da sieben Sekunden noch sauber uh ok ich weiß jetzt nicht wie viele Kills waren aber das war eine sehr schöne Runde und ich würde sagen eine geht noch also sehen wir uns in der dritten Runde bis dann und los geht's mit der dritten Runde wir spielen eine Map die ich nicht kenne und deswegen kenne ich auch deren Namen nicht aber wir haben schon mal ein Kill und da wartet der nächste Kill auf uns ok oh Mist das war nicht gut aber jetzt können wir abstauben oh und das stoppt uns ab ne ich bin mir ok doch na gut so da sind ein paar Leute oh ok das war schlecht gemacht aber naja hat der geklappt ok der war schön zack zack oh Stigi macht ne Montage da raus danke na das schneidste raus so wie viel habe ich 8 immerhin schön in die Menge ach verdammt oh jetzt sind ja wieder so viele ich mach mich mal aus dem Staub und komm später wieder zack und von hinten und du bist low life oh du bist low life das ist gut oh der trat nicht getroffen weg mit dir und weg mit dir und weg mit dir und oh da ist was nein nicht getroffen komm schon und komm schon zack boah läuft der richtig wieder hier 16 kills ich weiß momentan gar nicht was viel ist und was oh Mist nicht viel ist früher war ja mal 20 viel dann war eine Zeit lang 40 viel weil man irgendwie mehr Leben hatte und mehr Zeit und mehr Spiele das hat sich ja die ganze Zeit oh verändert das war schlecht ich hab noch 3 Leben okay dann kann ich mich hier angreifen oh das war ein Wunschschuss da sammelt jemand Metall ein auf der Straße ich hab das Gefühl der kommt jeden Tag vorbei naja aber wir machen jetzt einfach ungestört weiter nein ich wollte nicht schießen Mist ah das war natürlich klar bin ich tot nein ein Leben hab ich noch und er wird immer lauter und immer lauter ok wir haben noch 17 Sekunden und ein nee zwei Spieler leben noch mal gucken finden wir die noch komm 19 Kills 10 Sekunden da ist jemand nicht mich treffen bitte nein tu es nicht nein ist zu Ende oh ich hätte ihn vielleicht getroffen und er mich auch danach aber gut gewonnen das war ja es gab coole Szenen auf jeden Fall in dieser Runde dann war es das mit ähm ja der ersten Folge des neuen Upload Plans würde mich äh freuen wenn ihr mir in die Kommentare schreibt was ihr davon haltet dann ja geht's Mittwoch weiter mit dem nächsten Modus könnt ihr mir äh ja in der Zeit in der das Voting System noch nicht komplett feststeht in die Kommentare schreiben was ihr am am liebsten sehen würdet und dann ja war's das ich hoffe es euch gefallen dann würde ich mich über eine Wertung freuen und wir sehen uns im nächsten Video bis dann